weiter die mehr Richtigkeit so auch durch weil das das ist die Punkte und sehr gewesen abgreifen geschafft das ist irgendwie schnell ich war 2.000 Dollar und Respekt und der 11 Respekt und habe ich tun ich hab 7 du hast mehr von der abgreifen Aktivität freigestaltet okay der will Autogramm kriegst du nicht die uns nicht so gut ich hab das ging am Anfang ich muss wieder Moni kaufen so noch ein Auftrag da ging was da war ziemlich kurz ja deswegen warte ja hast du viel in der Kanone da alter guck mal die fight mit dem jetzt ist einer von uns oh wer warte der Bulle ist jetzt einer von uns guck und der Fettsacki auch gut ich mach mal ich such mal einen Auftrag raus boah hast du es gesehen von Kinsey haben wir noch nicht gemacht hast du es gesehen von Kinsey haben wir noch keinen Auftrag gemacht deswegen will ich mal sie aus ey guck mal hin boah ja mach ich auch mal ne geht nicht bei dem hast du dich angenommen äh ich kann den grad irgendwie nicht äh ich kann den grad irgendwie nicht hab ich angeschossen wurde komm mal jetzt äh jetzt kann ich gut ne ich hab 5 jetzt aber direkt ne Garage Kinsey Haus gut n 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 kn diesmal fahren eigentlich so da können wir etwas hier unterhalten ja wie so auch über den tag ja mein tag eigentlich super habe er jetzt praktisch gut stimmt und wie sieht es auf der privaten kanal aus und was wir da auch erfolgen ja also momentan halt wegen pokémon sind den ganzen eintik konnte neid ist schon scheiße ja das ist das abbrechenheit also ich werde euch auf jeden fall überrascht was ich da mache aber ich denke mal es wird euch trotzdem ein bisschen gefallen und so weiter je nachdem als ich bin ja eigentlich jetzt viel mit pokémon eigentlich unterwegs auch wenn ich immer gesagt habe ich will kein pokémon weitermachen weil ich eigentlich schon mal ein weiterpunkt das könnte ich bestimmt darauf gefasst machen dass es wieder spielen ja du hast halt dein geschmack und trifft auch den geschmack viel anderer aller nitrobokton war dann nicht wusste ich habe einfach mal ein monathoff wo kann es eigentlich mit kuh also ich habe das schon ausgewählt ich glaube wie kann ich meine dings um wechseln das weiß ich gerade nicht versucht das gott nicht keine ahnung das war geil dauerhaft nitro an so gleich sind auch schon da noch 600 die denn ihr lager bitte das war glaube ich in einem restaurant so sind wir schnell da an die in ihrem lager Ich probiere einfach mit rumzuballern, ne? So. Oh, ist schon vorbei. Auf geht's. Moment. Das ist... großartig. Just play the damn game and I can pinpoint where the Deckard are in real life. Die rede ganz schön schnell, wa? Typisch kennen Sie. Unsere Computerspezialisten hier. Ach, was ist das denn? Ach, das Level ist es. Ah, kenne ich auch noch. Was? Was ist der Plan genau? Ich schieße auf Deckard. Auf was? Auf Deckard? Oh. Ich kann das. Oh mein Gott, ey. Du fährst, oder? Ach so. Wir fahren zusammen. Kannst du schießen? Ach so. Okay. Ach so. Ach so. Ach so, scheiße. Hm. F***ing charmant, wie immer. Ich checke irgendwie nicht richtig, äh, was wir hier machen müssen. Ich glaube, wenn wir durch diese, durch diesen blauen Bereich hier fahren, bekommen wir mehr Zeit und wir müssen durch elf Stück von diesen fahren. Das muss ich jetzt mit diesem Schiezen berufen müssen. Keine Ahnung. Vielleicht auf diese Panzerschießen, die da auf der Strecke sind. Ist doch aber schon vorbei. Okay, ja. Ich hab keine Ahnung, was ich machen musste, sorry, ja. Ja, hab ich auch nicht so richtig gecheckt. Na, das ging auch relativ schnell, ey, Mann. Was ist denn hier los? Sind da alles nur Zwischenaktivitäten? Ich hab fünf Respekt, ja. Oh. Hattest du nicht sieben? Ne, waren fünf. Leider. So, Amok Pfad. Ne, nicht nochmal. So, Aufträge, was gibt's denn hier? So. Ja, Angel hat auch Amok Pfad. Das ist doch das, was wir gerade hatten. Da machen wir mal nochmal Kinsey. Hoffentlich ist es mal ne, ne, schon wieder ne, äh, Aktivität, ey. Wenn ich mich zu den Dekern kommen muss, musst du zu einer einer der Schell-Kompanien. Niemand in particular. Eine Fenster-Kompanie. Eine Fenster-Kompanie. Das ist ein Fenster wie eine Barriere, nicht Fenster wie eine Fenster-Kompanie. Du bist ernsthaft, richtig? Boah, das ist nicht so. Das ist etwas wirklich schlimmes Neues. Du bist eher eine korrupte, sinister Organisation, die Geld verdienen. Ich mach's. Es ist leichter, zu sagen, ja, denn ich verstehe die Grund, mit dir. Was war das? Nichts. Okay. Ich glaube, das sind jetzt alles nur Aktivitäten. Bei diesen Missionen. Und ich bin mir sicher, sie hat auch noch eine normale Mission. Naja, mal schauen. Ja, mal schauen. So viel wie möglich einfach zerstören. Ein riesiges Dude-Butter errichten, was dann letztendlich 200.000 Dollar schaden hat. Ja, ich bin mir. Ja. 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 Aber dachte, wir bei diesem Mal, wo wir rumfliegen müssen auch. Aber so ein Racketwerfer wäre jetzt auch schön. er war mir steht noch ja jetzt nicht mehr oder kommt was groß ist auf uns zu wo auch nicht mehr auf einmal war noch klar die doch noch mal kaputt in action hier kommt aber auch irgendwie wenig mit Granatenwerfen ist irgendwie mal irgendwie am effektivsten finde ich ja weil sie haben sich noch gefragt zu teilen das war so hart das war ich den du da abgeworfen hast ja so viel entschuldigen wie lange noch bis wir 200.000 haben ja bis es dauert lange ein riesiges blutbad ja dafür brauchen wir aber auch hier riesige opfer können wir hier gitter vernichten so doch geht ich glaube das packen wir nicht was ist mit der los los